Ja, der erste Tag auf der TGS ist schon vorbei. Hinter mir strömen die letzten Leute, die den Schuss zu spät gehört haben, nach Hause und ich mache ja jetzt heute ein kleines Video. Allerdings nicht die ganze Zeit vor der Kamera, sondern ich habe ein paar Szenen für euch und die schneide ich dann im Hotel und vertone sie dann auch im Hotel. Dann gucken mich nicht von hinten überraschte japanische Messebesucher so seltsam an. Ja, war ein interessanter erster Tag. Das Problem ist immer, wenn man was selber spielen will, muss man sich anstellen und so weiter. Das ist immer die Frage nach der Effizienz. Aber ich habe ein paar Titel gespielt, ein paar andere so schulterblickmäßig mir angesehen und bericht euch da jetzt kurz davon. Ja, dann legen wir mal los. Ja, ich will euch gar nicht groß zutexten. Ihr kennt auch schon den ungefähr dick zu Messe. Ich nicht, wie man hier gerade gesehen hat. Und ja, das ist echt praktisch, wenn man direkt neben der eigentlichen Veranstaltung haust, weil man einfach nicht das Problem dieser Leute hat, die vom Bahnhof kommen und sich in riesige Schlangen einordnen müssen, während ich mir das bei einem Café anschaue. Aber die Japaner sind echt gut beim Schlangestehen. Also sehr gesittet, sehr geordnet. Die paar Westler ordnen sich auch ein. Und bei mir hat es heute ein bisschen länger gedauert, bis ich endlich meine Pressekarte hatte. Habe ich auch schon im Jörg in Tokio Tag 2 geschrieben. Aber dann ging es tatsächlich mit etwas Verspätung auf die Messe. Und das ist hier quasi die Ego Perspektive zur selben Szene am Anfang des Letztjährigen, ein Tag auf der TGS-Videos. Ja, wenn Japaner sich treffen oder verabschieden, dann verbeugen sie sich. Übrigens auch beim Telefonieren, wenn sie das Telefon annehmen, das Telefonat. Das sieht ein bisschen lustig aus, aber das gehört einfach dazu. Ich habe das hier ja zufällig aufgenommen und wollte es euch einfach mal zeigen. Schaut mal her, noch mal verbeugen. Für uns wirklich etwas lustig, aber wie gesagt, das ganz normal, höfliche Menschen. Es verbeugt sich auch ständig die Stewardess oder der, was auch immer, wer irgendwas an Service tut oder mit Geschäftsleuten zu tun hat, der verbeugt sich. Wir sind zwar nicht jön, aber seitdem nie ganzes jrage sind wird aber total ab réflexe müssen Sie sich auch trockeln, diese meine Herren sind totell tener rum. Ja, ich sage mal, dass ich mich wirklich вел, Also ich schau auf das Schaf da rechts die ganze Zeit. Den Stand hier fand ich fast am besten, auch wenn es ein langweiliges Westspiel ist, die sind nur Mafia 3, aber irgendwie war das doch sehr stimmungsvoll gemacht. Es liefen auch wahrscheinlich die japanischen Männer besonders aufregend hier. Die hat gerade ihren Kollegen hier, hey kommst du mit, zur Ordnung gerufen. Er ist natürlich westliche Models oder hier sogar ägyptische, also asiatisch ägyptische. Da muss ich mich auch noch reinsetzen irgendwie. Das passt doch zu mir, oder? Und auch Sony hat ihn recht beeindruckend stand, den größten insgesamt, mit so einer Zusatzleinwand unter der Decke tatsächlich, die nach unten zeigte. DJs so haben wir mit ihm gut zu haben, dass wir uns bei den letztenen Menschen getrennt. Ich hoffe, dass sie ein Spiel naves, mit so einer besonders Estamos betreffend die Shuang-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer. Es kommt leider nicht so ganz über in meiner hier, aus der Hüfte mit geschnittenen Aufnahmen. Aber nun wird hier quasi rund umgefilmt und wird dann in so einem Matrix-Effekt auf dem Monitor und Zeitlupe angezeigt, während die Kamera so um eine Wind rast. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Wie eingangs von kommentiert ist es echt fair, mit den riesigen Geflogenheiten sich einfach an ein Spiel zu stellen und nicht zu spielen, sondern man muss sich da anstellen, eine Nummer ziehen oft oder natürlich man hat einen Termin. Aber auch dann hat man oft nur so die Berechtigung, den Stand anzugucken und nicht ein Einzelspiel. Es ist alles ein bisschen bürokratisch und als Einzelkämpfer muss man sich ja schon sehr überlegen, wenn ich jetzt Videoschnipsel auf, Fotos oder spiele ich oder gucke ich nur jemanden über die Schulter. Ich habe heute drei Spiele wirklich selbst länger gespielt und darüber berichtet. Das war Gravity Rush 2, das war Yakuza 6, auf das ich mich sehr freue, wenn immer es in Europa dann irgendwann erscheinen wird und was mir gar nichts gegeben hat, aber ich dachte, komm, zeig ein Herz für japanische Niefenspiele, das Earth Defense Force 5. Sonst habe ich einiges angeschaut, The Guardian nochmal, ein bisschen so aus der Ferne, ein paar andere Spiele, aber es braucht nichts über Spieleberichten, die wir auf der Gamescom erst vorgestellt haben oder auf der U3. Es ist natürlich, da hat die TGS ein dummes Timing, gerade für westliche Spiele, ist es halt so ein bisschen ein Nachzügler und MeToo-Messe, das muss man jetzt ehrlich sagen. Aber bis sonst gibt es so viele tanzende Messe-Hestessen. Ich weiß immer noch nicht, was die hier wollen. Naja, und es gab natürlich auch wieder einige Stand-Models mit weniger Bekleidung. Sieh hier, schaut mich ganz böse an und ich denke, ich werde morgen mal wieder zwei Stunden investieren und einfach Mädels ablichten und den einen oder anderen Kroten-Buben. Ja, und dann kommt am Ende so eine Fahrstuhl-Rausschmeißer-Musik und die Japaner sind da auch drauf gepolt. Die fangen dann schon alleine an, nach Hause zu gehen. Also da gibt es keine großen Durchsagen, in fünf Minuten schließt die Messe, hauen sie ab. Sondern das verläuft sich alles und damit sage auch ich, Chris. So, was ich noch ver, da war? Aber das war jetzt noch mal bei uns! So, ist das, was wir hier bei uns? So, was wir damals schon mal beimates? So, bevor wir es mal bei uns nicht? So, wie wir es beiniget werden, war das war, So, wie bei uns ist. Vielen Dank.